Kein Scherz, Betty Taube traut sich nicht ins Freibad. Fans kennen und lieben das schöne Model seit ihrer Zeit bei Germany's Next Topmodel. Und obwohl seitdem schon einige Jahre vergangen sind, hat die heute 25-Jährige immer noch ein Problem, sich im Bikini zu zeigen. Das hat sie jetzt gegenüber Gala verraten. Dort gestand sie zunächst, dass sie als Model natürlich kein Problem damit hat, in Unterwäsche abgelichtet zu werden, und verriet weiter, Nein, tatsächlich fühle ich mich sehr wohl in Unterwäsche, und meine Lieblingsfotoshootings sind auch die in Unterwäsche, obwohl man dazu sagen muss, dass ich sehr schüchtern bin und mich im Freibad beispielsweise noch nicht einmal traue, im Bikini herumzulaufen. Wo der Unterschied zwischen Bikini im Freibad und Unterwäsche im Shooting ist, das erklärte Betty so. Vielleicht liegt es daran, dass ich dann in der Rolle als Model bin und weiß, dass ich jetzt abliefern darf. Die schöne Betty im Bikini werden wir also vorerst sicher häufiger auf Fotos als im Freibad entdecken.